hey ho meine lieben willkommen zu einer folge der grilljunkie unterwegs wir haben eine gesamtstrecke von ja ein bisschen über 500 kilometer jetzt haben wir noch 300 und ja die sonne blendet ein bis zu 300 para 50 wo geht es hin nach wuppertal zu bekannten wir sind eingeladen worden und wer das ist werdet ihr nachher sehen hoffe ich zumindest dass ich filmen darf und ein ein bekannter wird auf alle fälle dabei sein und ja es soll einen griechischen abend geben also vom essen her und dann wollte man noch auf eine kleine veranstaltung gucken aber dazu später mehr wenn wir da sind alles klar bis nachher so leute ich bin da und jetzt gucken wir mal ob er sich über das gastgeschenk freut also nicht jener hier du kriegst es nicht nein 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 du magst es auch gar nicht das alkohol drin ok schauen wir dass wir es loswerden da oben steht da wo sind wir beim hand sind wir angekommen schon zwei das reicht und kann erst mal nichts passieren mein lieber jetzt noch mal was sind das für würstchen griechische bauernwürstchen lukarnico genannt cool dankeschön also es geht schon mal mit dem griechischen menü los ja da kommt noch ganz viel da bin ja echt gespannt also saftig sind die würstchen schon mal ich muss gleich küchenpapier drunter tun weil sonst tropfe ich mich hier voll so leute wir waren vorher noch unterwegs auf so einen kleinen mini event von kais barbecue oder ja die haben da gegrillt und so haben uns halt kurz angeschaut und dann sind wir wieder heim gefahren ja und jetzt gibt es hier was zum futtern und das zeige ich euch jetzt was haben wir hier ist richtig wichtig ist und hier zu flacken zu flacken spiefe und salat tzatziki selbstgemacht und lecker okay stimmt der ist ein bisschen rötlicher lecker ja und das ganze kommt jetzt auf dem mono und auf die feuerplatte wenn man dann wenn man dann am essen sind gibt es dann natürlich noch ein probierer also jetzt kriege ich echt hunger da freue ich mich jetzt schon drauf ja beleuchtung ist hier jetzt in der ecke nicht so gut aber egal ich habe da freue ich mich jetzt echt richtig auf das essen tja solche leute lernt man bei grillen mit freunden kennen oder auch bei der grischung beim lunser seminar oder 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 so leute jetzt haben wir nur noch hier fackel beleuchtung aber jetzt probiere ich mal das so flacki schmeckt dir das sehr gut schmeckt sehr gut original griechisch hammer 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 geil ich sag's euch also für alle wo mich kennen feta creme lecker und für alle wo mich ganz gut kennen die fallen jetzt vom glauben ab tomate das tzatziki ist auch der helle wahnsinn also mir fehlen hier echt die worte aber jetzt essen und musik wieder machen so leute und jetzt schnapp ich mir hier das tiki gibt die kem meinem schatz in die hand jetzt muss gleich geben ja und dann machen wir hier und dann machen wir hier einen schönen mittelschnitt wie sie es gehört schön mit füllung was wolltest du vorher machen ja ja johnny so geil das kann ich dir jetzt schon sagen wird beim tier nie was griechisches schmecken oder radi niemals so das kann nur die ganz liebe frau von hammer hammer geil okay also richtig richtig hammer geil mir fehlen jetzt echt die worte dazu ich kann mir jetzt den rest noch schmecken packt die kämpfe heute weg wir lassen den abend dann heute noch ganz gemütlich ausklingen und naja morgen machen wir dann ein schönes bayerisches frühstück und da hole ich euch dann wieder dazu so freunde gestern ist es etwas länger gegangen jetzt gibt es erstmal noch ordentlich frühstück im hintergrund läuft big tax barbequen video und was haben wir ganz klar lecker weißwürste und ein paar bretzen mit süßen senf und das hauen wir uns jetzt rein schauen wir hier noch mein letztes video an bevor wir uns jetzt dann gleich hier verdrücken ja leute das war es dann mit dem schönen abend hier und eine gute nacht kurze nacht ja es war wirklich noch lustig gestern essen verdammt gut echt noch kompliment an deine frau vielen dank lieber hans und das essen war so genial schön und naja der bringt sich ja meistens immer mit neu aber wir haben unseren rad ja gerne dabei ja also ich komme gerne wieder wenn wir kommen gerne und gucken wir mal was wir als nächstes für video machen auch die gegeneinladung nach mötingen steht ja habe ich mit deiner frau schon ausgemacht mit der maria gut gut okay ich danke dir dass wir da sein durften nicht dafür und ja wir sehen uns auch wieder ja bestimmt heute was soll ich sagen das nächste video kommt bestimmt vielleicht ist das ja dann schon das top video was ich im letzten video angekündigt habe schalkowski wir sehen uns moment mir ist ja noch eingefallen gefahren ja noch irgendwo hin auf einen schnellen kaffee arbeit ein rotzlöffel sagt er zu mir einfach ich bin falsch mei 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 die 30 kilometer umweg das wäre jetzt wirklich frevel gewesen wenn wir die nicht gefahren werden auch wenn wir einen anhänger dran haben aber du hast von hier noch genau 500 kilometer nach hause ist das dein burger der da auf der feuerplatte liegt wenn du noch einen haben möchtest darfst du ihn gerne essen ja nur wenn es deiner ist nein aber ich lasse trotzdem gerne essen schatz haben wir einen kleinen hunger ich kann machen ein rüsselplotter an ja gut dann mache ich auch noch einen ja dann kriegen wir doch noch was ins video alles klar feuerplatte tut noch wie immer das meist gebrauchteste gerät im moment hier gut rote zwiebeln ja natürlich auch für ablage du bist zufrieden mit der hervorragende zufrieden wunderbar besorgt sie dann auch die größere ja definitiv naja bastelt zusammen sieht doch schon mal ganz gut aus gleich können wir probieren also die wand dahinten hat auch restauriert das hat er nämlich noch nicht gesagt genau wie die also hervorragend sieht hier mittlerweile auf der terrasse aus und ich probiere jetzt erstmal das bürgerchen einmal frei damit können wir nachher dann gemütlich nach hause fahren mit dem vollen bauch ja jetzt trinken wir dann noch gemütlich kaffee dann interviewen wir noch kurzen bürgen ja dann beenden wir das video bald endgültig so leute das war's mit der letzten station zweiten ja zweiten und letzten station für das wochenende kurzen abstecher noch freut mich dass er hier war ja die 40 kilometer waren es ja wohl wert 30 30 burger gekriegt was hast du eigentlich so in nächster zeit vor weil von dir sieht man gar nichts mehr im moment habe ich schon mal gesagt im moment kein drang also doch ein voller sack kein drang alles klar ok berniboy wir sehen uns bis zum nächsten mal ja wie ich sagen ja und ich freue mich drauf entweder bei dir oder du wieder hier und ich mache noch ein gesamtfazit wenn wir dann zu hause sind tschalkowski tschö leute wir haben es mittlerweile ja viertel vor elf hat sich jetzt ewig hingezogen die heimfahrt aber was soll man machen wenn man anhänger dran hat am auto und naja für was den anhänger ich glaube ich habe schon mal gesagt hat nichts mit dem barbecue hier zu tun und deswegen ist das jetzt auch völlig uninteressant hat auch nichts mit autos zu tun punkt ja wir sind zu hause ein wunderbares wochenende ist so ein wunderbares wochenende ist zu ende gegangen genauso und ich muss noch mal vielen dank sagen an hans und seine frau für die gastfreundschaft maria und für das leckere essen also wir haben noch eine portion mitbekommen die werden wir uns morgen machen heute keine nerven mehr dazu und ja in diesem sinne beende ich jetzt dieses wochenende dieses doch dieses wochenende auch natürlich aber auch gegen dieses video paar kleine einblicke waren es und ja wir sehen uns dann im nächsten video eventuell wird es dann das touch ofen video der übrigens hier immer noch in der kugel drin liegt ja den hatte ich über nacht drauf in der früh hat er noch 80 grad kraft und deswegen habe ich den einfach drauf liegen lassen macht er nix okay in diesem sinne bis zum nächsten mal tschalkowski hey urlaub habe ich jetzt auch zwei wochen da